Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da denken wir doch dran, Herr Patzig, logisch Hallo, ich bin's wieder, eure Irmgard, neu im Angebot, Brötchen mit Tresen Tresen mit Brötchen, du alte Klunte! Ja, genau, Tresen mit Brötchen, 122 verschiedene Belege, Käse, Wurst, Schmierkäse, Tomaten Das reicht, nicht alles soll ich sagen! Soll ich aber... Halt den Mund und isst ein Brötchen! Okay Mikro aus! Ne, das glaube ich ja nicht! Guten Tag! Ne? Ich hätte gern ein Brötchen mit Fleischsalat Ist nicht mehr da, müsste ich erst neu aufmachen Ja, dann machen Sie das bitte! Jürgen, mach mal große Dosen mit Fleischsalat auf! Ne, da breng ich mir nur wieder die Fingernägel ab! Sie haben's gehört, geht nicht, nehmen Sie was anderes! Ne, ich will aber Fleischsalat! Na, dann machen Sie die Dose auf! Sind Sie der Verkäufer oder ich? Aber ich bin nicht der Dosenöffner, junge Frau! Dann nehm ich Geflügelsalat! Da ist mir grad mein Taschentuch reingefahren! Na dann, tschüss! Oh, toll wie du das machst, Heiner! Danke, gelernt ist gelernt! Und beehren Sie uns bald wieder! Aber nicht so schnell!